Ja, einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Ich möchte Sie und euch recht herzlich zu unserem dritten Fachgespräch der Reihe Männlichkeiten und Männlichkeitsbilder in der Neuen Rechten begrüßen. Heute ist bei uns Thorsten Nagel zu Gast. Er ist Leiter der regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus im Landesverband der Arbeiterwohlfahrt in Schleswig-Holstein. Sein Thema heute ist Männlichkeiten und die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Mit einem präventiven Blick aus der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus wird er das analysieren. Herzlich willkommen. Ich bin Henning von Wagen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunder-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Wöhl-Stiftung. Die Fachgesprächsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Gunder-Werner-Institut und dem Netzwerk Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. In der Vorbereitungsgruppe zu dieser Fachgesprächsreihe haben mitgearbeitet Andreas Gosses, Volker Handke, Michael Tunsch und Klaus Schwärmer. Letzterer wird gleich für das Forum Männer begrüßen und das Gespräch moderieren, unterstützt von Volker Handke und mir. Worum geht es uns mit der Fachgesprächsreihe? Wie sie vermutlich auch wahrnehmen, erstarken weltweit national, völkische, neurechte Politiken. Die AkteurInnen bedienen sich verschiedener, zum Teil rassifizierender Zuschreibungen, ethnischer, kultureller, nationaler, geschlechtlicher oder auch religiöser Gruppenidentitäten und forcieren eine Politik der Ausgrenzung und Abwertung der als andere markierten Gruppen. Mit den Wahlerfolgen der AfD ist dieser Trend auch in Deutschland sichtbar geworden und stößt vor allem in gesellschaftlichen Debatten über geschlechtliche Vielfalt und Männlichkeit auf besondere Akzeptanz. Die Forderung, echte oder wahre Männlichkeit wiederherzustellen, wird laut erhoben, zum Beispiel von Björn Höcke von der AfD. Die Auswirkungen dieser Weltsicht sind zum Beispiel an der steigenden Zahl von rassistischen und gewalttätigen Übergriffen auf alles, was nicht als zugehörig gedeutet wird, abzulesen. Zuletzt bei dem Attentat von Atlanta vor einer Woche wurden acht Menschen ermordet. Sieben Opfer waren Frauen, sechs von ihnen hatten eine asiatische Zuwanderungsgeschichte. Auch die Veranstaltungen der gerade laufenden internationalen Wochen gegen Rassismus rücken diese Neurechten und rassistischen Entwicklungen wieder in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Gemeinsam ist allen übergriffen, dass einerseits überwiegend Männer als Täter agieren und es sich andererseits bei den Angegriffenen um rassifizierte, migrantische und oder marginalisierte Menschengruppen handelt. Unter anderem schwarze, people of color, LGBTIQ-Personen, aber auch Frauen und Männer, die nicht dem traditionellen Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit entsprechen. Wir haben uns gefragt, woran es liegt, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, insbesondere auf Personen, die sich als Männer definieren, so anziehend wirkt. Bisherige Erklärungsmuster und Deutungsangebote variieren erheblich und je nach eigener Positionierung, Weltsicht und auch Kontext. Wir wollen uns mit den Erklärungsansätzen näher auseinandersetzen und diese verschiedenen Dimensionen sozialer Ungleichheitlichkeit, die dabei eine Rolle spielen, analysieren und möglichst intersektional auf das Phänomen schauen. Wir haben dazu diese Fachgesprächsreihe konzipiert, die Raum für verschiedene, zum Beispiel psychologische, pädagogische, soziologische, politische oder auch ökonomische Perspektiven gibt. Beim ersten Fachgespräch letzten November führte Fabian Lamb von der Hochschule Kiel überblicksartig aus, welchen Männlichkeitskonstruktionen er in Rechtspopulismus und Rechtsextremismus begegnet, wie sich diese auf soziale Arbeit auswirken können und welche Handlungsmöglichkeiten er in der sozialen und pädagogischen Arbeit sieht. Beim zweiten Fachgespräch im Januar ist Sebastian Winter aus sozialpsychologischer Sicht der Frage nachgegangen, was rechte, autoritäre Modelle in einer komplexer werdenden Welt so attraktiv macht und was das für die politische und pädagogische Praxis bedeuten kann. Die Videodokumentation zu diesen beiden Fachgesprächen können Sie auf unserer Website auch nochmal anschauen. Worum geht es heute? Heute wirft Thorsten Nagel einen Blick aus der Praxis auf Männlichkeiten und den Zusammenhang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft und rechtsextremer Ideologie. Dazu gleich noch mehr. Im Anschluss an den Vortrag von Thorsten Nagel haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen, zu kommentieren und auch mit zu diskutieren. Diesen Teil wird, wie gesagt, Klaus Schwärmer moderieren. Er ist Fachreferent beim Bundesforum Männer im Interessenverband für jungen Männer und Väter. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Hand oder mit der Funktion Handheben. Bei den meisten Bildschirmen oder Zoom-Versionen findet sich das unter dem Menüpunkt Reaktionen. Wenn Sie von einem Handy oder Tablet zuschauen, kann es auch woanders bei drei Punkten oder sonst wo verborgen sein. Falls Sie diese Funktion nicht finden, dann können Sie auch im Chat kurz das Wort Wortmeldung schreiben, sodass wir das auch zur Kenntnis nehmen können. Den Chat können Sie darüber hinaus benutzen, um Ihre Fragen zu stellen oder auch um Kommentare abzugeben. Sollten Sie technische Probleme oder auch Hinweise an uns als Moderation haben, dann können Sie dazu ebenfalls den Chat nutzen. Wir versuchen dann in der Moderation entlang der von Ihnen gestellten Fragen und auch Wortmeldungen die Diskussion zu strukturieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und Fragen zum Zuge kommen. Wir sind doch eine relativ große Gruppe, jetzt knapp 50, es kommen wahrscheinlich noch einige dazu und wir haben auch nur begrenzt Zeit. Wir möchten auch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder auch im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und auch die Etikette einhalten. Sollte das, wie wir da erwarten, nicht der Fall sein, dann werden wir als Moderationsteam gegebenenfalls auch Teilnehmende ausschließen. Ganz wichtig, dieses Fachgespräch wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme jetzt erklären Sie sich bereit, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Bevor ich nun an Klaus Schwärmer übergebe, möchte ich mich ganz herzlich noch bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Da sind Philipp von der Technik, Martin vom Tagungsbüro, meine KollegInnen vom Gunnar-Werner-Institut, namentlich Hanna Lichten-Täler und Christiane Bornstedt. Ohne all die KollegInnen würden wir Veranstaltungen wie diese gar nicht realisieren können. Daher hier auch nochmal vielen Dank dafür. So, zunächst so viel von mir und ich übergebe jetzt an Klaus Schwärmer vom Netzwerk Forum Männer für seine Begrüßung und die Moderation. Klaus, the floor is yours. Vielen Dank, Henning. Auch von mir einen schönen guten Abend oder beziehungsweise einen Nachmittag. Ich möchte ganz kurz das Forum Männer vorstellen und dann noch ein paar Worte zu Thorsten Nagel sagen. Das Forum Männer, einige von Ihnen kennen es sicherlich, aber für die, die es noch nicht kennen, das Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse ist ein bundesweites, offenes Netzwerk zu Männer- und Geschlechterforschung, Jungen- und Männerarbeit, Männer-Väterberatung und Männerpolitik. Wir sind seit über 20 Jahren aktiv und haben eine ganze Reihe an Veranstaltungen, vor allen Dingen auch mit dem Gunder-Werner-Institut bzw. der Heinrich-Böll-Stiftung durchgeführt. Ziel ist es für uns in diesen Kontexten, einen Raum für den Austausch von Wissens und Erfahrungen zu geben im Bereich von Theorie und von Praxisansätzen und dies in unterschiedlichen Themengebieten. Damit möchten wir auch einen von Männerseite her dringend notwendigen Beitrag zu einer geschlechterdemokratischen Gesellschaft und zum Geschlechterdialog leisten. Das Forum Männer veranstaltet also Fachtagungen, die themenzentriert Blickrichtungen zusammenbringen und dem Erfahrungsaustausch dienen. Die Tagungen werden jeweils von Mitgliedern des Forums in wechselseitigen Vorbereitungsgruppen konzipiert und durchgeführt. Wir haben einen Koordinationskreis, der für die langfristige organisatorische und inhaltliche Strukturierung und für die Außendarstellung des Forums zuständig ist. Sprecher dieses Koordinationskreises ist Andreas Goses, der ist heute auch hier anwesend. Hallo Andreas. Soweit ganz kurz zum Forum Männer, beziehungsweise ich möchte noch anmerken, dass wir sehr froh sind, dass wir mit dem Gunnar-Werner-Institut und der Heinrich-Pölz-Stiftung einen Partner gefunden haben, der uns organisatorisch und finanziell, aber auch ideell langjährig unterstützt und dass wir darüber überhaupt die Möglichkeit haben, Veranstaltungen wie heute auch in so einem großen Rahmen durchführen zu können. Jetzt möchte ich noch zum Einstieg Ihnen kurz Thorsten Nagel vorstellen, der uns heute den inhaltlichen Impuls geben wird. Thorsten Nagel arbeitet seit vielen Jahren in kulturellen und politischen Arbeitsfeldern. Als Geschäftsführer der sozialistischen Jugend Deutschlands, die Verhalten im Kreisverband Düsseldorf, setzte er insbesondere in der soziokulturellen und in der Jugendarbeit mit Projekten wie No Border oder Play Gender starke Akzente gegen Rassismus und Sexismus. Er engagierte sich insbesondere auf regionaler Ebene gegen rechtsextremistische und rechtspopulistische Organisationen und baute antifaschistische Bündnisse mit auf. Ich kenne Thorsten Nagel seit vielen Jahren, als wir in den 80ern zusammen in einer Männergruppe über männliche Gewaltpotenziale innerhalb der Linken, aber auch innerhalb der rechten Strukturen, über die Überwindung patriarchaler Männlichkeit und den Möglichkeiten und Grenzen nicht hegemonialer Männlichkeiten diskutierten. Wir haben dabei, glaube ich, einige heiße Diskussionen geführt. Seit 2016 ist Thorsten Nagel Einrichtungsleiter der regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus des AWO-Landesverbandes Schleswig-Holsteins und hat hierdurch viele weitere Einblicke in die Wertevorstellungen, Ideologien und Strategien rechter Organisationen und deren Verhandlungen von Männlichkeit in rechten Praxen gewonnen. Die regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus beraten Menschen und Institutionen in Schleswig-Holstein, die Informationen zum Thema Rechtsextremismus oder Unterstützung im Umgang mit Ideologien der Ungleichwertigkeit wie Rassismus und Antisemitismus suchen. Hierzu bieten sie verschiedene Fortbildungen, Vorträge für unterschiedliche Zielgruppen an. Aus dieser langjährigen Expertise heraus wirft Thorsten heute einen Blick aus der Praxis aus Männlichkeiten und dem Zusammenhang zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft und rechtsextremer Ideologie. Dabei geht er auch anhand von Praxisbeispielen der Frage nach, wie Prävention gegen Rechtsextremismus eine demokratische Zielgesellschaft stärken kann und warum es notwendig ist, Gender- und Männlichkeitskonstruktionen mitzudenken. Thorsten, ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag und wie gesagt, Sie haben danach die Möglichkeit, entweder über die Handhebefunktion oder über den Chat sich zu melden bzw. Fragen und Kommentare hineinzugeben. Wir werden regelmäßig die Kommentare, die dort stehen und die Fragen, die dort stehen, dann auch im Forum veröffentlichen. Thorsten, jetzt das Mikro ist für dich offen. Ja, liebe Teilnehmenden, Zuhörenden, herzlich willkommen von meiner Seite. Lieber Klaus, vielen, vielen Dank für die sehr persönliche Vorstellung. Hatte ich noch nie gehabt. Ich glaube, das wird auch einzigartig bleiben wahrscheinlich. Und auch vielen Dank, Henning. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich würde dann jetzt mal direkt starten und meinen Bildschirm freigeben. Oh, sorry, so schnell sollte das nicht gehen. Genau, ja, mein Vortrag setzt sich aus der Perspektive der Praxis der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus mit dem Thema auseinander. Ich habe es genannt, Männlichkeiten und Ideologie der Ungleichwertigkeit, ein präventiver Blick aus der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Die Bilder, die Sie hier am Folienbeginn sehen, auf die werde ich später nochmal zurückkommen. Ich werde einen kurzen Blick auf die Rechtsextremismus erläutern, welches Verständnis wir von Rechtsextremismus haben, was das mit Ideologie der Ungleichwertigkeit zu tun hat und warum wir das in der Mitte der Gesellschaft verankert sehen. Ich werde dann übergehen, ein wenig herleiten, den Erklärungsansatz, warum es im Moment einen gesellschaftlichen Rechtsruck gibt, was die Gründe sind oder mögliche Gründe sind. Und werde dann auf Männlichkeiten eingehen und verschiedene Männlichkeiten oder Männlichkeiten im Rechtsextremismus darstellen und erläutern. Und dann anhand von Praxisbeispielen erläutern, wie die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus darauf reagieren kann. Ich muss dazu voranstellen, dass das Inblicknehmen von Geschlechterverhältnissen, von Männlichkeitskonstruktionen oder Genderkonstruktionen nicht stringent in allen mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus bundesweit ist, dass es jetzt so gerade anfängt, dass wir auf Bundesebene eine Arbeitsgemeinschaft Antifeminismus haben, um gezielt in diesem Bereich auch nochmal verstärkt das in den Vordergrund zu stellen, weil wir es wichtig finden, Antifeminismus, Angriffe gegen Feminismus von rechts mit in den Blick zu nehmen, mit in den Blick der Beratung auch zu nehmen. Wie das dann geschieht, das zum Ende. Und dann bin ich danach sehr gespannt auf die Debatte und Diskussion. Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen. Also zum einen beraten wir, die Beratung ist vertraulich, anonym, mobil. Das heißt, wir kommen zu den Beratungsnehmenden. Im Moment ist es natürlich im Zuge der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung dieser nicht möglich. Das heißt, das ist alles online verlegt. Unsere Beratung ist, da wir hundertprozentig finanziert sind in Schleswig-Holstein als eines der Bundesländer, mit einem Programm zur Rechtsextremismusbekämpfung und Demokratieförderung. Und unsere Beratung hat einen Empowerment-Ansatz. Das heißt, wir beraten und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, zivilgesellschaftliche Organisationen, zivilgesellschaftliche Akteure, Akteurinnen und empowern die, um gegen Rechtsextremismus, gegen rechtsextreme Tendenzen, gegen Ideologie der Ungleichwertigkeit entsprechend auch vorzugehen und sich zu organisieren. Wir vermitteln, weil das auch immer wieder mal vorkommt, dass sich unter Umständen Betroffene von rassistischer Diskriminierung oder Betroffene auch von rechtsextremer Gewalt auch an uns, wenn als ein Beispiel vermitteln wir diese an andere Beratungsangebote, das ist bundesweit so aufgebaut, dass es neben der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus eine Betroffenenberatung gibt, auch bundesweit inzwischen eingesetzt und organisiert. Und es gibt genauso eine Distanzierungs- und Ausstiegsberatung, auch bundesweit. Das ist so peu à peu aufgebaut worden. Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ist ein relativ neues Feld, noch außer Zivilgesellschaft kommt. Die ersten Beratungseinrichtungen gab es 1992 in Brandenburg, gegründet nach den rassistischen Programmen, die es Anfang der 90er Jahre gegeben hat und gerade auch von den Eindrücken von Rostock, Lichtenhagen war es geprägt, dass dort die erste mobile Beratung stattfand. Ich habe heute, nicht heute, die Woche kam die Einladung, dass die Berliner mobile Beratung jetzt 20 Jahre alt wird. In den alten Bundesländern ist es so, nach und nach dann auch aufgebaut worden und inzwischen haben wir bundesweit eine Beratungsstruktur. Der zweite Baustein, das ist nicht unbedingt bundesweit so, aber in Schleswig-Holstein ist es so, dass es einen sehr, sehr großen Raum auch einnimmt, ist der Bildungsaspekt. Das heißt, wir bieten Fortbildungen, Seminare, Workshops für verschiedene Zielgruppen. Das ist wirklich auch alles von der Jugendgruppe bis hin zur Feuerwehr oder dem Zollamt. Also alle Gruppen. Es gibt keine Gruppe, die wir noch nicht beraten haben. Also selbst die Bundeswehr wurde schon von uns beraten. Polizei gehört übrigens auch mit dazu, dass wir auch regelmäßig ein Beratungsangebot in der Polizeiausbildung auch mit haben. Wir informieren rund um das Thema Rechtsextremismus. Alle Phänomenbereiche werden dort mit abgedeckt. Und wir unterstützen im Umgang mit Ideologien der Ungleichwertigkeit. Bevor wir das tun, gibt es immer ein Vorgespräch mit den jeweiligen Beratungsnehmerinnen, um gemeinsam halt einen, in Anführungsstrichen, einen Plan zu entwickeln und entsprechend einen Auftrag auch zu bekommen. Einen Beratungsauftrag. So, Rechtsextremismus. Wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, dann muss ich voranstellen, dass ich den Begriff Rechtsextremismus einfach auch weiter benutze, weil Rechtsextremismus der Begriff ist, der am ehesten, in Anführungsstrichen, gesetzt ist. Wir sehen Rechtsextremismus aber nicht am Rand der Gesellschaft, sondern für uns ist Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt und nicht wie zum Beispiel eine Verfassungsschutzdefinition, das in der Regel darstellt, dass Rechtsextremismus am Rand der Gesellschaft ist und die Mitte ist demokratisch und völlig okay. Da sehen wir, dass Ideologie der Ungleichwertigkeit, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nach Wilhelm Heidmeier in der Mitte der Gesellschaft verankert ist und Ungleichwertigkeitsvorstellungen dort vorhanden sind und sich daraus immer wieder Andock-Momente von Rechtsextremen bieten. Rechtsextremismus setzt sich aus den Einstellungen Nationalismus, damit ist ein übersteigerter Nationalismus gemeint, Ethnozentrismus, das Beziehen auf eine Ethnie, in dem Fall dann in Anführungsstrichen die weiße Ethnie, Sozialdarwinismus, Antisemitismus, Pro-Nazismus, Befürwortung einer Rechtsdiktatur und, das ist auch noch nicht so lange mit aufgenommen, und Sexismus sind die Einstellungsmerkmale, aus denen sich rechtsextremer Einstellungsmuster, Rechtsextremismus speist. Dazu kommt neben der Einstellung ein Verhalten, Verhaltensweisen, Protest, Provokation, Wahlverhalten, also welche rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien werden gewählt, Partizipation, wie welche Mitmachangebote, in Anführungsstrichen, welche Angebote gibt es, welche Zugänge gibt es, da gehören dann auch subkulturelle Angebote mit dazu, wie Festivals, rechte Festivals oder rechte Kampfsportveranstaltungen, wie auch immer, Mitgliedschaft in einer Kameradschaft oder Partei, und Gewalt und Terror, wenn sie an die, wie es auch in der Eingangseinführung genannt wurde, Halle und Hanau oder auch an den NSU denken. Von einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild spricht man, wenn fünf Einstellungsmerkmale und zwei Verhaltensweisen zusammentreffen. Und dann merken sie schon, dass es sehr schwierig ist, da genau abzugrenzen, wann ist es ein übersteigerter Nationalismus, wann nicht, wie wird das gemessen, wie wird überhaupt Rechtsextremismus wahrgenommen innerhalb der Gesellschaft. Und denken sie an die Querdenkenbewegung, jetzt an die Corona-Leugnerin, die auf die Straße gehen, wo es von staatlicher Seite, in Anführungsstrichen, relativ lang gedauert hat, das tatsächlich in den Blick zu nehmen und zu schauen, welche rechtsextremen Einstellungsmerkmale sind denn dort überhaupt vorhanden. Und von daher wundert es auch nicht, wenn in den Verfassungsschutzübersichten, wenn die bundesweit auf ca. 30.000 Rechtsextreme kommen, etwas über 30.000 Rechtsextreme, davon sind 13.000 gewaltbereit. Das sind die aktuellen Zahlen von 2019. Ich bin gespannt, wenn es jetzt 2020 den neuen Bericht gibt. Ich vermute, dass es weiter angestiegen ist. Ich hatte schon Ideologie der Ungleichwertigkeit gesagt, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Gruppen aufgrund konstruierter Andersartigkeit abzuwerten oder diese Anderswertigkeit in Anführungsstrichen in irgendeiner Form zu konstruieren. Das wird in verschiedenen Studien immer wieder untersucht und erfragt. Der Erste, der das gemacht hat, oder die Ersten, die das gemacht haben, waren die Wissenschaftlerinnen um Wilhelm Heidmeyer mit deutschen Zustände, Anfang 2000. Und im Zuge dessen sind einige andere sogenannte Mitte-Studien weiter in Auftrag gegeben und erscheinen regelmäßig. Die aktuellste ist die autoritäre Dynamiken von Oliver Decker und Elmar Brehler als Herausgeber, die sogenannte Leipziger-Studie. Und ich habe, um das Beispiel zu verdeutlichen, warum wir davon sprechen, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Ideologie der Ungleichwertigkeit in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, als ein Beispiel genommen, antimuslimischer Rassismus. Das sind jetzt die aktuellen Zahlen. Auf die Frage durch die vielen Muslime, hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land, sind es bundesweit 46,8 Prozent. Es ist dann nochmal unterteilt nach alten und neuen Bundesländern. In den neuen Bundesländern ist es mit 55,1 Prozent noch mal höher. Die Zahlen sind etwas gefallen, was daran liegen kann, dass de facto die Grenzen dicht sind und kaum Geflüchtete nach Europa kommen. Und die waren vor zwei Jahren, 2018, deutlich höher. Und um nochmal weitere Zahlen zu nennen, zu den Abwertungen 2019. Das ist jetzt die andere Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da gab es Vorbehalte gegenüber Asylsuchenden von 54 Prozent und gegenüber Langzeitarbeitslosen von 50 Prozent. Also das sind so die Spitzen. Und insgesamt kann man sagen, wenn man jetzt andere Zahlen sich anguckt, zu Antisemitismus liegt es ungefähr bei 15 bis 20 Prozent. Und das sind halt Abwertungen, die in der Mitte der Gesellschaft sich manifestiert haben und vorhanden sind. Und je nach politischer Stimmungslage oder je nachdem, wie politische Diskurse sind oder gesellschaftliche Diskurse sind, werden die mal höher oder fallen dann auch mal wieder. Relativ neu ist, und das ist jetzt bei der Studie 2020 das erste Mal, ist Antifeminismus zu erfragen und sich das anzugucken. Und als Zahlen sind es 18,6 Prozent, die zu bestimmten Themen ein geschlossen antifeministisches Weltbild haben. Dem stehen gegenüber 73,5 Prozent mit einem profeministischen Weltbild, was ich finde, was sehr zuversichtlich stimmt, positiv stimmt für die Zukunft. Jeder vierte Mann und jede zehnte Frau in Deutschland haben ein geschlossen antifeministisches Weltbild. Davon 47,3 Prozent der Männer und 28,7 Prozent der Frauen stimmten mindestens einer antifeministischen Aussage zu. Darüber sehen Sie die Plemo-Figuren. Ich will mit diesen Plemo-Figuren deutlich machen, dass die Rollenverständnisse und Rollenzuschreibungen, die von einem heteronormativen, binären Geschlechterverhältnis ausgehen, immer noch sehr manifestiert haben innerhalb der Gesellschaft und auch in der Mitte der Gesellschaft existieren und da sind. Und ja, bei den Plemo-Figuren, also mich hat es ziemlich geschockt, letztens als ich im Geschäft war, das zieht sich so durch, also wie Männer dort dargestellt werden und Männerberufe und das, was Frauen dort zugeschrieben wird oder als Frauen gelesene Personen. Queere Personen tauchen bei Plemo nicht auf. So sind nicht sichtbar. Rechtsextremismus als gesellschaftliche Herausforderung. Ich hatte es vorhin schon auch mal genannt, Nationalismus, Migration und Gender und die Fragen darum sind gesellschaftliche Diskurse, die derzeit in der Mitte der Gesellschaft geführt worden oder geführt werden. Nationalismus seit circa, ja, würde ich sagen, Anfang der 2000er Jahre noch mal sehr stark forciert, auch von der Bundesregierung, gerade im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Erinnern Sie sich an die Kampagne Du bist Deutschland, beispielsweise, die auch überall ausgestrahlt wurde, wo Schauspielerinnen und bekannte Persönlichkeiten halt sagten, ja, auch du kannst ein Schmetterling sein und es geht darum, die Farben halt in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Wilhelm Heidmeier stellte daraufhin 2006 fest, dass dieses neue Bild, was ja auch positiv bei der Weltmeisterschaft aufgefasst wurde, dass das ganz und gar nicht zu einem positiven Verhältnis gegenüber Menschen mit Zuwanderungsgeschichte führte, sondern dass Rassismus und rassistische Einstellungsmerkmale eher noch zugenommen haben. Thema Migration ist sehr stark im Zuge des Auf-des-Weg-Machens von Geflüchteten nach Deutschland, nach Europa ist das sehr stark in den Diskurs gekommen und eine Frage, wie umgehen mit Zuwanderung und wenn Sie daran denken, wie derzeit die offizielle Politik ist, dass praktisch das Asylrecht de facto ausgehebelt wurde, würde ich sagen, dass sich AfD-Positionen da beispielsweise sehr stark auch schon durchgesetzt haben und im Endeffekt es eine in Anführungsstrichen eine Festung Europa gibt, eine Schließung der Grenzen und eine Zuwanderung und ein Asylgesuch de facto nicht ermöglicht wird von Europa. Einer der, also auch noch mal ganz wichtig bei Migration, einer der Themengeber ist Thilo Sarrazin in dieser Thematik. Sie sehen oben auf dem Bild Identitäre Bewegung, links Stoppt den großen Austausch, eine Verschwörungserzählung, die im Endeffekt ein wenig auch Thilo Sarrazin mit aufgreift, von einem Geburtenrückgang ausgeht und in Anführungsstrichen eine Zuwanderung und de facto die Verschwörungserzählung, die antifeministisch, rassistisch und völkisch geprägt ist und nationalistisch, die Deutschen werden ausgetauscht gegenüber Zugewanderten und und das wäre eine von Juden und Jüdinnen initiierte Austausch, also das heißt auch antisemitische Bilder spielen dort eine Rolle auch in dieser Verschwörungserzählung. Zum Thema Gender auch dort eine der Personen, die sehr früh auch antifeministisch agiert hat und antifeministisch auch eingeladen wurde zu Vorträgen und im Fernsehen zu Talkshows ist Birgit Kelle, die mit ihrem Buch Gender Gaga dort gegen Gender Mainstreaming, gegen eine vielfältige Geschlechter Vielfalt halt ich würde es mal so sagen schon auch gehetzt hat. Birgit Kelle hat die CDU-Mitgliedschaft und ist de facto keine Rechtsextreme in keiner Rechtsextremen Partei. Es gibt Konsensverschiebungen, alle Befragungen in der sogenannten Mittelstudie sagen, dass es eine Rückkehr der Menschenfeindlichkeit gibt. Die Ressentiments und die Einstellungen gegenüber Muslime, Muslima beispielsweise sind besorgniserregend innerhalb der Gesellschaft und dazu würde ich jetzt relativ neu auch nochmal einen gesteigerten Antisemitismus im Zuge der Querdenkerin Bewegung mitdenken und mitnehmen. Sodass wir von rechtsextremen Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft ausgehen und die Themen oder Diskurse werden von rechtsextremer Seite mit einem sogenannten Kulturkampf von rechts versucht weiter zu befeuern und dieser Kulturkampf von rechts koppelt an den italienischen Marxisten Antonio Gramsci der mit einer kulturellen Hegemonie oder mit der Erklärung eigentlich erklären wollte warum der italienische Faschismus groß werden konnte und das ist jetzt von rechts gedeutet es geht darum einen Kampf um die Köpfe zu führen ein Kampf um die Deutungshoheit ein Kampf um Begrifflichkeiten und ich werfe jetzt mal ein paar Beispiele rein woran sie merken werden wie diese Begrifflichkeiten in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind Flüchtlingskrise Flüchtlingsflut Meinungsfreiheit Lebensfreiheit Political Correctness Cancel Culture Impfzwang Gender Gaga Meinungsdiktatur Frühsexualisierung also das so Begrifflichkeiten die die sie wahrscheinlich auch in manchen Zeitungen auch finden werden die so übernommen werden ganz wichtig in diesem auch bei der Frage wie kommt es zu einem Erstarken der Rechten was sind so Motoren dessen sind die sozialen Bewegungen von rechts wo wir das erste Mal eigentlich mit der Pegida Bewegung von einer sozialen Bewegung von rechts sprechen sonst war es immer nur soziale Bewegungen war im Kontext von neuen sozialen Bewegungen in in Anführungszeichen im linken Kontext benutzt und gebraucht und Pegida war so die erste soziale Bewegung von rechts die halt immens mobilisiert hat auf der Straße und in Dresden beispielsweise in Hochzeiten 25.000 Menschen auf die Straße gebracht hat und auch in anderen Städten relativ viele auf die Straße gebracht hat in den vor allen Dingen in den neuen Bundesländern in alten Bundesländern ist es von zivilgesellschaftlicher Seite relativ schnell gelungen zu darzulegen dass dieser Protest diese verschiedenen Ägida Bewegungen halt von Rechtsextremen mit initiiert sind damit dazu aufgerufen worden so dass auch in Anführungsstrichen Bürger Bürgerinnen sich eher davon dann distanziert haben und eher nicht mitgegangen sind sodass diese Bewegung in in den alten Bundesländern nicht so eine große Mobilisierungskraft hatten nichtsdestotrotz aber dieses Thema auf die Straße gebracht haben und dieses Thema besetzt haben und im Endeffekt einen Boden bereitet haben auch für ein ja ich würde mal sagen für einen einen für einen Rechtsruck und für einen ja ein Rechtseinlenken die Querdenken Bewegung sehen Sie rechts auf dem Bild das ist Stuttgart wir sind das Volk ist ja jetzt im Rahmen der Corona Pandemie eine Bewegung die neu sich gebildet hat und wo wir von der mobilen Beratung relativ schnell gesagt haben da das ist eine Bewegung wo Rechtsextreme mit dabei sind und wo rechtsextreme Ideologie mit mit verbreitet wird und mitgedacht wird und vor allem mit einem hohen Antisemitismus dabei und diese Bewegung hat das Feld einfach auch noch mal weiter verschoben also es sind auch viele Menschen die sich wenn man die fragen würde sich wahrscheinlich als linksliberal darstellen würden oder begreifen würden sind da mit auf der Straße dabei aus Gender Perspektive ist bei dieser Querdenken Querdenkerin Bewegung ist ein relativ hoher Frauenanteil zu sehen und zu verorten wo man gucken muss wahrscheinlich ist es die Kopplung mit Esoterik oder so warum dort auch viele Frauen mit mit gehen und mit dabei sind eine der Punkte ist jetzt gerade auch durch die Corona Pandemie mit noch mal weiter mitbefeuerter Teil eine Endzeitstimmung als Legitimierung des Widerstands es ist aber auch schon vorher so auch in der Pegida Bewegung so gewesen von rechtsextremer Seite von Männer Seite wir müssen was tun wir müssen uns jetzt zu wehr setzen es ist fünf vor zwölf sonst können wir uns nicht mehr gegen diese Gesellschaft können wir nichts mehr tun und wir werden irgendwie diese Gesellschaft nicht mehr wiedererkennen sie wird mit Moscheen und mit Muslimen Muslima gefüllt sein und wir lassen uns von den Linken und von den Grünen nicht vorschreiben oder nicht erklären wie die Gesellschaft sein soll und im Prinzip eine Legitimierung für den Kampf und den Widerstand Verschwörungserzählungen Antisemitismus als Klammer die sich gerade jetzt in der Querdenkerinbewegung manifestiert insgesamt derzeit momentan eine ständige Neuorganisation und Radikalisierung der rechtsextremen Szene bis hin zu Rechtsterrorismus und rechtsterroristischen Anschlägen und Attentaten Männlichkeiten im Rechtsextremismus Björn Höcke wurde ja schon genannt Björn Höcke sagte im November 2015 auf dem AfD Parteitag wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken wären wir mannhaft und nur wenn wir mannhaft wären werden wir wehrhaft und wir müssen wehrhaft werden das ein Zitat von Björn Höcke ich möchte noch ein anderes Zitat sagen das war in einer blauen Narzisse das ist eine Neurechte Zeitschrift Jugendzeitschrift der modernisierten Rechten 2009 in einem Artikel überschrieben Jungskrise Mangel an Männlichkeit das Ziel der charakterlichen Festigkeit wird heute meist verfehlt und von daher sind die Jungs heutzutage Weicheier und ein Grund da drin wird gesehen dass die Männer innerhalb der Erziehung fehlen und es wird von der blauen Narzisse ein Weg aufgezeigt und zwar sollte man sich an großen Männern orientieren damit die klassischen Tugenden Wehrhaftigkeit Pünktlichkeit Fleiß und Mut und dazu Männerbündische Gesellungsformen dass die wieder belebt werden sollen und ganz wichtig ist ein Messen im Wettbewerb und dieses Messen im Wettbewerb sehen Sie ein wenig auch auf den Bildern die ich hier mit auf die Folie gepackt habe in der Mitte Messen von Männlichkeit Kampfsport sich stehlen den Körper stehlen Muskelaufbau ist derzeit auch total angesagt bei jungen Männern Fitnesscenter und so weiter okay jetzt in der Corona Pandemie ist es ein bisschen weniger aber man kann sich ja auch zu Hause dann irgendwie mit Handeln und so weiter entsprechend den Körper trainieren ist derzeit auch was was gesellschaftlich total akzeptiert ist was bestimmte Bilder sind wie Körper wie Männer zu sein haben von daher verwundert es auch nicht dass Rechtsextreme gerade auch in Kampfsportvereinen in Fitness Centern teilweise auch Kurse anbieten für Kinder oder Jugendliche und probieren daran auch zu docken anzudocken und daran zu koppeln so das Ganze geht dann weiter unten da sehen sie das Zeichen der identitären Bewegung die jungen Männer in einer kurzen Hose die dort boxen ist ein ist von 2019 aus Baden Württemberg wo Identitäre halt Kampfsportübungen machen und joggen und laufen und sich trainieren trainieren für den Kampf für den Kampf gegen den politischen Gegner politischen Gegnerinnen und entsprechend halt ja da das das ausüben oben links das ist die Bruderschaft Deutschland das ist ein Bild aus Düsseldorf von 2018 glaube ich und sie sehen nur Männer ist so ein bisschen auch im Zuge dessen entstanden von von den in Anführungsstrichen Bürgerwehren ein wenig auch haben sich diese die Männer als Schützer der Frauen entsprechend generiert gerade im Zuge nach Silvester Köln 2015 2016 sind verschiedene Rechtsextreme mit auf die Straße gegangen und haben gesagt so wir müssen unsere deutschen Frauen müssen wir jetzt hier schützen und müssen entsprechend denen zur Seite stehen und auch dort sehen sie wie verschiedene Themen zusammenkommen das heißt gerade Themen Nationalismus Rassismus und Antifeminismus Bruderschaft Deutschland steht für Familie Volk und Land Sicherheit für Alt und Jung unser Blut für Familie Volk und Land um in dem Kontext der Rechtsextremen zu bleiben ganz rechts man kann sogar in der entsprechenden Bettwäsche schlafen das ist Deutsche Jungs Kategorie C ist eine rechtsextreme Hooligan Band kommt aus der Bremer Hooligan Szene und diese Bettwäsche ist schon fast ausverkauft Deutsche Jungs natürlich auch mit entsprechenden Muskeln und kampfbereit und jederzeit bereit Volk und Vaterland zu verteidigen kann man unter anderem dann bestellen bei wehrmacht 1945 de oder bei druck18.com die 18 für die Initialien von AHA Adolf Hitler also dementsprechend ultra rechtsextreme Versand Handel unten links ist so dieses traditionelle Bild ich habe das jetzt nochmal mitgenommen weil viele gerade aus der identitären Bewegung in diesen Familien groß geworden sind dort sozialisiert worden das sind völkische Siedler Siedlerinnen die halt sehr tradiert nach sehr traditionellen Maßstäben leben und die binäre heterosexuelle geschlechter normativität vorantreiben und im Endeffekt immer die angestammten Plätze also das was Frauen machen müssen und was Männer wie Männer zu sein haben das sehr tradiert auf die Spitze treiben ja unten unten links ist eine Aktion der von 120 Dezibel das sind Frauen aus der Identitären Bewegung das war eine Aktion in Kiel vor dem Landtag unter dem Motto tote Mädchen lügen nicht und zwar war das im Zuge der Ermordung von Marielle in Flensburg im März 2018 was davon geprägt ist im Endeffekt wie die Geschichte also wie oben die Verschwörungserzählung des großen Austausch Geflüchtete kommen hierher und bringen unsere Frauen um und wir sind nicht mehr sicher und ich habe das Bild genommen weil da im Endeffekt auch so ein ja sich so ein Männerbild auch widerspiegelt so es sind die anderen Gewalt männliche Gewalt Männergewalt wird halt nach außen verlagert und wird halt nicht nicht bei den weißen deutschen Männern gesehen sondern ist was was von außen hereinbricht und dem muss man sich entsprechend widersetzen und von daher die Grenzen dicht und die Menschen sollen in ihren Ländern bleiben so der sogenannte Ethnopluralismus wie es so schön heißt bei den Identitären habe das Bild aber auch nochmal genommen um nochmal deutlich zu machen dass es dass es wichtig ist wenn wir über Rechtsextremismus sprechen die Frauen mit in den Blick zu nehmen weil wir sprechen in diesem Kontext von doppelter Unsichtbarkeit und Frauen wird nicht zugemute also wird nicht zugedacht dass Frauen halt Terroristin sein können dass Frauen gewalttätig sein können dass Frauen rechtsextrem sein können denken Sie an Beate Schäpe an Bild-Zeitungs-Überschrift der Teufel hat sich schick gemacht so würde nicht über Männer gesprochen werden Beate Schäpe hat auch lange mitgespielt mit dem ich bin doch eine Frau ich habe damit doch nichts zu tun und bin ich Teil vom NSU und noch ein weiteres Beispiel relativ neu und vor zwei Wochen gab es einen NDR Bericht über einen Rechtsextremen der in einem Dorf halt lebte und es gab ein Interview mit dem in diesem Bericht und es waren andere Rechtsextreme mit dabei und der Journalist sagte dann ja und dann sind jetzt noch andere Rechtsextreme dabei unter anderem einer der mal NPD-Mitglied war und es war eine als Frau gelesene Person mit dabei und diese als Frau gelesene Person hat er überhaupt nicht in den Blick genommen überhaupt nicht gesehen und das war eigentlich die entscheidende Frau weil sie im Endeffekt eine hohe Position hatte innerhalb der NPD und im Endeffekt den Interviewenden oder der interviewt werdende Nazi Rechtsextreme halt den entsprechend geprieft hat was er zu sagen hat und nicht zu sagen hat ist völlig nicht auf dem Radar gewesen von dem Journalisten Thorsten ich möchte dich an die Zeit erinnern Entschuldigung Ich bin jetzt auch genau bei der letzten Folie die Praxisbeispiele Ich habe drei Beispiele wo ich kurz drauf eingehen werde also ich hatte es ja am Anfang gesagt dass Gender Männlichkeits Konstruktion oder generell Gender Konstruktion oder auch Antifeminismus relativ in Anführungsstrichen neu innerhalb der mobilen Beratung ist Beratung von Kita Kindertagesstätte heißt in diesem Kontext sind es Angriffe auf 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 die Erzieherin im Zuge dessen wie freizügig beziehungsweise soll Sexualkunde und Aufklärung soll da schon in der Kindertagesstätte stattfinden oder nicht oder auch dass Erzieherin unter anderem ein Flugblatt von Eva Herrmann die entsprechend auch in diesem antifeministischen Kontext unterwegs ist halt mit aufhängt und und dort Werbung macht Beratung von Gleichstellungsbeauftragten Frauenberatungsstellen ist ist im Kontext gerade von AfD zu sehen und zu lesen dass die AfD ja versucht dort Allianzen zu unter anderem Allianzen zu schmieden indem sie sagen ja es müssen irgendwie die Mittel müssen aufgestockt werden weil hier sind so viele Geflüchtete in der Stadt und die Geflüchteten die die ja die sind entsprechend gewalttätig und von daher müssen müssen die Frauenberatungsstellen mehr Geld bekommen und wie ist ein Umgehen wie können Frauenberatungsstellen oder auch Gleichstellungsbeauftragte da entsprechend auch drauf reagieren und in dem Kontext beraten wir oder gibt es Beratungsanfragen das auch zunehmend so und und der Fortbildungsbereich der Fortbildungsbereich möchte ich noch etwas näher erläutern wir machen ja relativ viele Fortbildungen haben relativ viele Fortbildungen an Schulen auch gemacht und da ist ein Thema immer auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Ideologie der Ungleichwertigkeit und da wäre mein Plädoyer oder wie wir es gemacht haben in Gruppen arbeiten Sexismus und Homophobie halt mit den Jugendlichen auch mit zu besprechen und mit auch als Thema zu machen das mit reinzunehmen um einfach den Blick auch in dem Kontext zu erweitern und zu öffnen hin zu ja einem vielfältigen Blick und hin zu einer offenen Gesellschaft und mit vielfältigen Entwürfen und des weiteren auch Antifeminismus halt auch in Lehrer, Lehrerin Fortbildung oder auch in Fortbildung mit Pädagogen Pädagoginnen mit zu thematisieren und mit auch zum Thema zu machen antifeministische Angriffe von rechts dort zu thematisieren und das auch sehr nach mit nach vorne zu zu stellen und auch mitzunehmen wenn man Vorträge und so weiter macht dass das mit thematisiert wird weil das ist auch nochmal ein Punkt das habe ich nicht gesagt es ist natürlich auch Geschlechterverhältnisse auch ein Thema aus der Beratung selbst heraus wir wir beraten in der Regel das gehört mit zu den Qualitätsmerkmalen und Qualitätsstandards wir beraten im gemischtgeschlechtlichen Team meistens oder gucken dass wir gemischtgeschlechtlich irgendwie zu den Beratungsnehmenden gehen und kommen und dort ist es auch häufig so dass auch dort Kompetenz gerade im politischen Kontext meistens den Männern oder dem Berater dann zugeschoben wird und die Frau häufig nur als naja die schreibt das Protokoll oder wie auch immer dann gelesen wird also das heißt wir haben unmittelbar auch mit Geschlechterkonstruktionen und Zuschreibungen auch innerhalb der Beratung innerhalb des Settings auch zu tun und thematisieren das dann auch entsprechend so das ist auch was was nicht so selten vorkommt ja hier nochmal Kontakt mobile Beratung gegen Rechtsextremismus auf der www.bundesverband minus mobile minus beratung punkt.de sehen Sie können Sie die entsprechenden Kontakte zu den Beratungsteams Beratungsstellen aufnehmen bei Anfragen und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion vielen Dank ja herzlichen Dank Thorsten für diesen Einblick in die Grundlagen eurer Arbeit und auch in die praktischen Erfahrungen ich gebe mal direkt die Frage an Volker Handke weiter gibt es im Chat schon erste Reaktionen Fragen Kommentare zu dem Gehörten ich habe gesehen dass doch eine ganze Reihe an weiterführenden Links eingestellt worden sind zu den unterschiedlichen Bereichen die Thorsten erwähnt hat also wenn es da Bedarf gibt sich da noch weiter dort weitere Literatur zu finden dann finden Sie auch da eben Links dazu gibt es schon Anmerkungen bei dir Volker ja hallo Klaus ja vielen Dank der Chat ist noch relativ ruhig was die was die Beiträge der Teilnehmenden betrifft Henning hat freundlicherweise hier einige weiterführende und hier von Thorsten auch zitierte Literatur nochmal verlinkt sodass man direkt die O-Töne und die Primärliteratur lesen kann ansonsten ist der Chat bisher ruhig noch ruhig wir haben mal sehen wie lange das noch so bleibt okay dann eröffne ich hiermit die die Fragen oder auch die Kommentare und Diskussionen bei Kommentaren bitte ich darum möglichst nicht ganz so lang und ausschweifend zu sein wenn sich jemand melden möchte gerne eben unten auf diese Teilnehmer Funktion klicken dann bekommen sie meistens rechts angezeigt wer alles irgendwie bei dieser Veranstaltung dabei ist und dort finden sie auch eine blaue Hand wenn sie die heben dann bekomme ich das am besten angezeigt weil ich eben auch nicht alle Personen in meinem Bildschirm sehen kann wer etwas sagen möchte ich sehe hier gerade Sarah fit mit der oder die etwas sagen möchte bitteschön danke 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 für die für die ja für die vorlesung ich wollte fragen wie sieht es denn aus wenn sie dann in also zu zum beispiel der feuerwehr gehen oder so ein beratungsgespräch durchführen wie also wie redet man denn mit menschen die überzeugt sind davon also was sind ihre ansätze und vor allem dann auch mit dem hintergrund von diesen männlichkeitsbildern also wie begegnen sie denen also ich hatte das ja am anfang erläutert wir wir beraten keine keine personen menschen mit rechtsextremer einstellung dafür ist die distanzierungs und ausstiegsberatung mit da sondern wir sind in diesem vorfeld das heißt wir arbeiten wir sind präventiv unterwegs und natürlich kann es dort auch sein oder kommt es natürlich auch vor in den fortbildungsangeboten oder in den workshops dass dort auch Personen sind gerade bei der feuerwehr ist das jetzt auch nicht so weit her die unter umständen auch rechtsextrem sind oder oder afd sind und das wird natürlich dann entsprechend dargestellt es kann natürlich sein je nachdem wie stark diese gruppe ist ja dass das nicht so viel nicht so spaßig ist so eine veranstaltung also das heißt schwierig ist und ja ich kann ja mal plaudern also ich hatte es in einem in einem beratungssetting gehabt oder in einer fortbildung gehabt war auch Feuerwehr wo ich relativ sicher bin dass die Person identitär war also bei identitären Bewegung war und entsprechend auch dass das geäußert hat und es war extrem schwierig wie soll ich es ausdrücken die Feuerwehr oder die Teilnehmenden davon zu überzeugen dass identitäre Bewegung und ein und Jusos nicht dasselbe ist also es war sehr stark davon geprägt wieso solange der doch hier nichts macht ist doch seine Meinung ist doch okay und ich muss persönlich sagen also es ist in der Rangliste wirklich eine der schrecklichsten Beratungs settings gewesen nein ich muss sagen es ich war ziemlich geschockt davon es war noch wer von der Feuerwehr auch dabei dass der nicht eingegriffen hat und nicht gesagt hat nee Moment mal demokratiefeindliche rechtsextreme Positionen haben bei der Feuerwehr nichts zu suchen und die gehören nicht in die Feuerwehr so das ist nicht mehr auf dem Boden von einer demokratischen Verfasstheit und das war da nicht der Fall und das ist immer auch extrem schwierig ich habe es nur kurz gesagt in diesen Beratung settings es passiert auch häufiger tatsächlich dieses Bild also das auch gerade von der Feuerwehr was macht er gegen Linksextremismus so also das heißt immer dieses Hufeisen Modell im Kopf rechts links und diese Gleichsetzung von rechts links wo wir natürlich also wo wir sagen wir sind Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und wir gucken uns die Ideologien der Ungleichwertigkeit an und und ja gehen dagegen vor und das ist unser Auftrag Vielen Dank ja ich kann mir vorstellen dass das ein sehr spannender Bereich ist mit der Feuerwehr ein wichtiger Bereich was einerseits wahrscheinlich auch viele Männer anzieht die Wehrhaftigkeit mit Feuerwehr verbinden auf der anderen Seite ist es umso wichtiger weil gerade auf dem Land viele Jugendliche und männliche Jugendliche da auch in den freiwilligen Feuerwehrbereich landen also da irgendwie auch andere Formen von Männlichkeit hineinzubringen deutlich zu machen und so ja ich hatte jetzt Harry Friebel noch gesehen und Henning hatte mir signalisiert dass es noch eine Wortmeldung gibt ist das noch so sonst würde ich Harry jetzt erst mal das Wort geben ja es gibt noch Stefan Höhing der sich gemeldet hat ich hatte noch eine Nachfrage an Thorsten im Hinblick auf dieses Beispiel was du gerade genannt hast habt ihr das dann nachbereitet mit den Verantwortlichen der Feuerwehr ich habe das jetzt so verstanden dass ihr da jetzt präventiv unterwegs seid jetzt begegnet ihr einem in einem solchen Setting eben identitären Meinungen du hast beschrieben dass da nichts kam von Seiten der Verantwortlichen ist das dann Teil eurer Nachbereitung denn das wäre ja das Interessante wie wird denn dann eigentlich da miteinander gesprochen und was sind auch eure Argumente gegenüber diesen Verantwortlichen in solchen Situationen ich hatte jetzt die Frage von Sarah Fitt so verstanden dass sie schon etwas praktischer glaube ich noch wissen wollte wie da argumentiert wird und vielleicht kannst du dazu noch was sagen ja grundsätzlich ist es so dass wir natürlich dass wir in den Fortbildungen eine Sensibilisierung machen ich hatte es ja vorhin auch schon erläutert also gerade im Bereich Ideologie der Ungleichwertigkeiten und das ist natürlich dann auch ein wie soll ich sagen ein Thema wo man sich natürlich mit den eigenen Ungleichwertigkeitsvorstellungen dann auch auseinandersetzen muss und das ist je nachdem je nach Gruppe mal mehr mal weniger der Fall dass diese Auseinandersetzung damit stattfindet und ich sage mal so wenn es also um das nochmal konkreter zu machen wenn es so ist dass es ein Aufeinandertreffen ist auf ein geschlossen rechtsextremes Weltbild dann kommen wir da konkret an unsere Grenze deshalb hatte ich gesagt wir würden dann auch vermitteln oder überleiten an Distanzierungs- oder Ausstiegsberatung weil überzeugte Rechtsextreme die jetzt vielleicht auch noch organisiert sind in Kameradschaft oder Identitärer Bewegung oder wie auch immer das ist da kommen wir also das ist nicht unser Auftrag ist auch nicht nicht möglich kann aber wie gesagt kann in den Gruppen immer wieder mal passieren und und passiert hin und wieder auch dass das das wir darauf treffen aber in der Regel ist es so dass grundsätzlich dass grundsätzlich dieser der Wunsch oder diese Auseinandersetzung mit jetzt im Bereich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und den Ideologie-Elementen von Rechtsextremismus dass das dass das sehr offen ist und genauso auch Anfragen jetzt so ich hatte ja gesagt das ist ja zweigeteilt auch teilweise dann auch im Beratungssetting oder so auch Anfragen also sind ja auch Menschen die im Beratungssetting uns anfragen wie kann ich denn damit umgehen oder was kann ich tun oder jetzt gerade im Rahmen von Querdenkerin-Bewegung dass irgendwie ein ein Partner Partnerin anruft und fragt ich brauche irgendwie eure Hilfe mein mein Mann oder meine Frau ist so abgedriftet in dieser Querdenkerin-Szene was kann ich denn jetzt tun oder was kann ich machen und das sind schon dann ja auch sehr sensible sehr sensible Beratungsbereiche Vielen Dank ich habe jetzt Harry Friebel dann Stefan Höhing und dann würde ich Volker noch mal die Gelegenheit zur Chat-Kommentierung geben Klaus es gibt noch eine Wortmeldung im Chat von Salua Mohamed als drittes Okay danke Volker Harry sorry Harry Friebel bitteschön Also herzlichen Grüße in die Videorunde ich finde diesen Vortrag von Herrn Nagel echt gelungen und so professionell dass man sich richtig wohlfühlen kann ich wollte nur ganz gerne noch bezogen auf Herrn Nagel weil er doch diese Bodybuilder muskulösen Superboxertypen dort eingelichtet hat nur noch mal sagen das sind nicht nur die muskulösen Typen die die traditionelle Männlichkeit im Sinne von Rechtsextremismus vertreten sondern wir wissen sehr wohl dass es zu der Überlegenheit oder dass die Kehrseite von Überlegenheit die Unterwürfigkeit ist und sie genauso zu rechtsextremen Verhaltensweisen führen kann das heißt wenn man sich nur mal von Heinrich Mann den Roman ansieht Der Untertan wo ja ein extremer Rechtsextremismus aus diesem Untertan spricht wir müssen immer daran denken das sind nicht die durchsetzungsstarken überlegenen überlegenen ja die traditionellen Männlichkeiten die man sich da vorstellt sondern es sind eben auch unterwürfige gehorsamsbereite Männer die sich diesem Rechtsextremismus zu geneigt fühlen und sich auch damit identifizieren können also damit nicht die Bilder nur entstehen nur diese muskulösen Bodybuilder hätten da Platz das wollte ich nur ergänzen Vielen Dank Thorsten möchtest du da ganz kurz sagen Ja danke für den Hinweis ich habe ich habe es natürlich in Anführungszeichen zugespitzt ich habe also was was mir wichtig war in dem Kontext war auch nochmal die das Andock Moment an einen gesellschaftlichen Mainstream sag ich mal das was gerade auch gesellschaftlich angesagt ist also wie Körper auszusehen haben wie männliche Körper auszusehen haben was wichtig ist und die Andock Momente von dem und ja es gibt natürlich auch andere Rechtsextreme die jetzt nicht so Bodybuild mäßig irgendwie unterwegs sind und das habe ich jetzt auch nicht erzählt das gehört jetzt auch nicht unbedingt zu unserem Beratungsbereich aber ist auch was was wir mitbekommen oder was jetzt auch in Schleswig-Holstein auch war in einer rechtsextremen Gruppe Aryan Circle da ist eine Person aus der Gruppe der vielleicht nicht so gestählt war von einem anderen aus der Gruppe zusammengeschlagen worden also richtig massiv verletzt worden und der ist auch im Knast gewandert dafür also es gibt auch diese Gewalt innerhalb der rechtsextremen Szene dieses sich messen diese soldatische Männlichkeit das wirkt ja auch nach innen also wie die Gruppe dann funktioniert oder dieses Männerbündische Vielen Dank Stefan Höhing und dann Salwa Mohamed Danke Thorsten für die Hintergrundinformationen das ist immer wieder auch gut so Wissen über diese Lebenswelten zu bekommen auch Bilder zu bekommen und auch Strukturen zu verstehen und ich habe das jetzt so verstanden dass das auch ein großer Teil eurer Beratungsarbeit ist ich habe zwei Fragen also das eine ist also warum ist Gender sozusagen relativ spät erkannt worden als zentrales rechtsextremes Thema das wundert mich weil es man was weiß ich als Storch eine der ersten Reden im Bundestag gehalten hat war ein Drittel der Rede ging über Gender Mainstreaming oder war Hetze über Gender Mainstreaming also das ist schon und es ist immer sozusagen ein zentrales Thema warum kommt das sozusagen so spät dass das auch wahrgenommen wird 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 ein zweites wäre ja gerade weil ja auch diese rechten Ideologie Elemente auch Teil oder in der Mitte der Gesellschaft ist wie unterstützt ihr die Leute dabei dass sie jetzt eben argumentieren können dass sie ihre Position vertreten können also das ist meine Wahrnehmung irgendwann wenn Studierende von mir vorhin über Weihnachten nach Hause und dann haben sie da im Familienkreis diskutiert und konnten hinterher dann berichten dass sie sich gegen rechte Positionen nicht gut vertreten können die die da einfach dann dann fallen und ich gehe mal davon aus dass das nicht nur denen so geht sondern sehr vielen insofern meine Frage was macht ihr da um auch argumentativ Leute zu stärken bitte um kurze Antwort weil wir haben schon noch mehrere Leute auf der Liste Ich mache es ganz kurz Gute Frage Ein Satz weil also zu der Frage warum Gender Antifeminismus wie auch immer relativ spät in Blick genommen wurde ich glaube das hat damit zu tun dass es gesellschaftlich immer noch in Anführungsstrichen nicht so das unmittelbare ist ist was oben aufliegt und ich glaube es hat einfach das hält sich in Anführungsstrichen immer noch dieses Haupt und Neben Widerspruch dieses Ding außer Linken in Anführungsstrichen und ich glaube ganz wichtig es steht und fällt natürlich auch immer mit Personen was was natürlich mit dazukommt ist dass es jetzt bundesweit gesehen es nimmt im Moment zu aber dass es bundesweit auch wenig Anfragen in diesem Kontext gegeben hat so weil jetzt an die mobile Beratung in diesem Kontext das kann natürlich auch mit dem Grund sein und ich sage mal Klaus hat es ja erläutert warum ich das auch in der mobilen Beratung als Thema immer wieder auch setze ist ja weil ich finde es total wichtig total notwendig ist einer der zentralen Punkte finde ich so wie ich das auch in meinem Vortrag erläutert habe einer der zentralen Punkte und genau was tun wir ja Argumentationstrainings was kann ich tun wenn ich irgendwie im Familienkreis angegriffen werde wir haben relativ viel auch Ehrenamtliche außer Flüchtlingsarbeit beraten mein Träger ist die Arbeiterwohlfahrt wir haben auch Flüchtlingsunterkünfte und Migrationsberatung bieten wir an dort gibt es auch dann manchmal die Frage wie kannst du so eine Arbeit machen und in Anführungsstrichen ich sage mal so eine rassistische Diskriminierung oder Versuch in so einen Diskurs da zu gehen und da bieten wir ganz konkret ja ein Argumentationstraining auch an genauso auch im Bereich Verschwörungsideologien wie kann ich gegenüber Verschwörungsideologien argumentieren oder auch wenn antifeministische Statements kommen also Argumentationstraining auch gegen Antifeminismus also das ja machen wir mit unterschiedlichsten Methoden vielen Dank jetzt Salua Mohamed dann Volker und dann hatte ich die Hand von Peter Hebeisen gesehen danke Salua bitte Mikrofon anschalten ich sehe noch nichts höre auch nichts ach Entschuldigung ja herzlichen Dank für den wirklich tollen Vortrag hervorragend ich hätte einfach noch mal so allgemein die Frage was könnten Sie denn aus Ihrer wirklich sehr fundierten Expertise ja als Appell formulieren an die soziale Arbeit sowohl an die Disziplin als auch an die Praxis der sozialen Arbeit vielen herzlichen Dank nochmal ja ja also mein Appell wäre mein Appell wäre gerade in der jetzigen Zeit halt demokratische Prozesse eine vielfältige Gesellschaft vielfältige Entwürfe zuzulassen zu thematisieren zu besprechen und entsprechend auch je nachdem auch Betroffene zu oder potenziell Betroffene zu empowern und entsprechend auch zu stärken und sich vor allem auch finde ich ganz wichtig gerade auch im ländlichen Raum zu versuchen sich Verbündete zu suchen um sich entsprechend auch zu organisieren gegen rechtsextreme Ideologie und rechtsextreme Hetze oder rassistische Hetze oder antisemitische Hetze oder antifeministische Hetze also ich finde es extrem wichtig eine vielfältige pluralistische Gesellschaft mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen zuzulassen und das entsprechend auch zu positionieren Vielen Dank Volker ich habe gesehen der Chat hat sich gefüllt ich kann es nicht wirklich überblicken aber ich glaube du hast den Überblick ich bin gespannt ich bemühe mich ich bemühe mich vielen Dank es gibt zwei Fragen im Prinzip hat ja Salua Mohamed schon ein bisschen ein Frage komplex angesprochen nämlich die Frage was tun also sie hat ja gefragt hier von Vortrag Appell an die soziale Arbeit Ralf Lange fragt eigentlich sehr ähnlich konkret die Rekrutierungs Strategien der neuen Rechten und fragt hier ob es hier Erkenntnisse gibt ob hier ein bevorzugtes Milieu von den Identitären glaube ich ja das Beispiel in den Blick genommen wird und was hier dann milieuspezifisch an Präventionsarbeit und Aktivitäten möglich ist das war so die Frage was tun ja und dann gibt es noch zwei Meldungen die gerade diesen Körperbezug nochmal machen Anne Knauf ergänzt er das sagt naja es gibt ja schon auch neben diesen Männer Körper wehrhafte Körperform Training auch Selbstverteidigungskurse für Frauen sogar gegen muslimische Männer Klammer zu das hat sie nochmal eingeworfen und dann Nina Reib macht auch diesen Körperbezug und sie fragt nach dass die derzeitige Körperbilder von jungen Männern wie das eigentlich sein kann warum solche Körperbilder in der breiten Gesellschaft bevorzugt werden also nochmal die bevorzugung in der breiten Gesellschaft der männlichen Körperbilder Selbstverteidigungskurs für Frauen und Rekrutierungsstrategien identitären Bewegungen das kann ich aus dem Chat als Frage Hinweis ergänzen Danke Thorsten wie taucht der Körper der vergeschlechtlichte Körper oder der nicht vergeschlechtlichte Körper bei euch in der Beratungsarbeit auf Boah ja ist naja im Prinzip durchs Durchsetzen von anderen Bildern also ganz konkretes Beispiel wir also ich sitze in Flensburg und dort ist Ahnenkult Wikingerkult total angesagt wo ja auch diese Korrelationen sind mit Körper und Kraft und 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 so weiter und wir setzen dann gezielt auch mit naja beraten gezielt auch in dem Kontext Organisatorin von von Mittelalter Märkten oder Wikinger Märkten wo wir natürlich auch gucken dass das entsprechend auch thematisiert wird und dargelegt wird aber ich bin jetzt Klaus hat es Klaus hat es in der Vorstellung erwähnt und gesagt also ich nehme schon einen gesellschaftlichen deutlichen Rollback wahr in dem also ich sag in den 80ern war sah es vielfältiger aus wie wie Körper waren wie wie als als manngelesene Personen auftauchen konnten und und ich habe das Gefühl da ist hat sich einiges verengt und das ist schon aber das wäre jetzt eine andere Debatte finde ich das ist schon eine Frage wie es auf der einen Seite sein kann dass es gesellschaftlich teilweise auch auf institutioneller Ebene wie auch immer ein Gender Mainstreaming weiter vorangetrieben wird bis hin auch zu einer geschlechtergerechten Sprache und auf der anderen Seite aber ich hatte es an diesen Playmobil Figuren gemacht könnte jetzt auch ein physisches Bild von einem jungen oder als junge gelesene Person oder von einer als Mädchen gelesene Person zeigen wie kann es sein dass es so wenig so wenig ich sag mal die Vielfalt da nicht sich nicht darlegt und darstellt und das ist in ländlichen Räumen wir sind ja Schleswig-Holstein ist sehr ländlich geprägt das ist in ländlichen Räumen nochmal deutlich stärker als es in urbanen Räumen ist ein interessanter Gedanke dem man nochmal in einer eigenen Veranstaltung nachgehen könnte auf der einen Seite eine Ausweitung der queeren Diskurse und auf der anderen Seite vielleicht eine Retraditionalisierung der männlich gelesenen Körper die auch verengt wahrgenommen werden so das finde ich einen sehr interessanten Gedanken ich habe jetzt Peter Hebeisen hier auf meiner Liste Moment und dann Ralf Lange da sehe ich noch die blaue Hand da weiß ich nicht ob mit dem Chat das sich schon von eben erledigt hat oder auf Ralf Lange noch etwas sagen möchte danach jetzt Torsten du wolltest noch kurz ja es war noch eine Frage zur Rekrutierung von identitärer Bewegung ich glaube die Rekrutierung läuft auf ganz unterschiedlichen Ebenen und das ist von innerhalb der rechtsextremen Gruppierung auch völlig unterschiedlich ich hatte es vorhin kurz erwähnt Aryan Circle das hat eine Person gemacht der wieder zurückgezogen ist aus Hessen nach Schleswig-Holstein und dann innerhalb kürzester Zeit Jugendliche rekrutiert hat in dem er vor Schulhöfen stand denen vielleicht eine Handykarte in die Hand gedrückt hat und innerhalb kürzester Zeit eine Gruppe um sich geschart hat in Anführungsstrichen was die mobile Beratung und nicht nur die mobile Beratung sondern auch die Ausstiegsberatung und die Betroffenenberatung über ein Jahr auf Trab gehalten hat in der Region also der hat das komplett aufgerollt innerhalb Identitärenbewegung Identitärenbewegung ist eher eine intellektuelle studentisch orientierte Bewegung wo es große Schnittmengen zu Burschenschaften gibt beispielsweise und dort auch entsprechend rekrutiert wird in diesem Kontext in so ultrakonservativen Burschenschaften Kreisen Peter Hebeisen Ralf Lange und dann würde ich nochmal an Volker zurückgeben Zunächst mal vielen Dank für die sehr gut organisierte Veranstaltung und den inspirierenden Vortrag wir sind jetzt an der Stelle angelangt wo wir Körperlichkeit fast ein Stück gegen Haltung stellen und ich würde einfach nochmal zu Bedenken geben dass man Haltung in der Regel nicht an Körperlichkeit ablesen kann ganz egal in welche Richtung dass das geht und dass man nochmal unterscheiden muss zwischen körperlichen Attitüden und Accessoires und Leute die sportlich unterwegs sind und meinetwegen durchtrainierten Körper haben sind nicht per se in die ein oder andere politische Richtung einzusortieren und dem ergänzend ich arbeite als Pädagoge und arbeite präventiv das Institut in dem ich arbeite heißt Kraftprotz und wir arbeiten seit 24 Jahren in der präventiven Arbeit vor allem mit Jungen und da stellen wir immer wieder fest dass Jungen das was wir als Jungen so verstehen oder was man landläufig als Junge wahrnehmen kann oder wie Thorsten Nagels als Junge gelesen wird die haben ganz oft einen höheren Bewegungsdrang die wollen sich raufen die wollen rangeln und zwar nicht weil sie böse sind oder weil sie rechtsradikal sind sondern weil das für sie eine Form ist wie sie sie spüren können wie sie das gegenüber spüren können und dem gilt es Rechnung zu tragen auch in so einem Zusammenhang dass man Räume zur Verfügung stellt wo man in unterschiedlichen Formen sich sozialisieren kann und dass Personen die sich gerne körperlich sozialisieren im Sinne von raufen und rangeln ich könnte auch sagen kuscheln das ist eine Form von kuscheln die ab einen gewissen Kampf in Anführungsstrichen Kampfcharakter hat dass man dem auch Rechnung trägt und auch an so einer Stelle das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet und letzter Satz Haltung lässt sich in der Begegnung in der Regel herausfinden und im Gespräch so dass auch wir glaube ich oder ich auch gehalten bin im Gespräch mit Leuten zu gucken wie verstehst du dich wie interpretierst du dich und in welche Richtung denkst du das so von meiner Seite als vielleicht Ergänzung und als Frage an das was wir hier miteinander diskutieren und bedenken vielen Dank herzlichen Dank dann wenn Thorsten wenn du da jetzt nichts zu sagen möchtest dann hätte ich jetzt Ralf Lange und danach Volker doch ich kann doch doch ich sage kurz was also nicht dass das Missverständnis auftaucht das waren Darstellungen und ich weiß das reproduziert natürlich auch immer wieder bestimmte Bilder oder verstärkt bestimmte Bilder das waren beileibe auch jetzt nicht alle rechtsextrem also man sieht einem rechtsextremen nicht an dass er rechtsextrem ist sondern man muss mit ihm natürlich er muss sich zeigen auf Demonstrationen oder wie auch immer oder in die Öffentlichkeit gehen oder das verdeutlichen oder artikulieren es geht um Ideologie und das was er äußert und darstellt und diese Körperlichkeit diese Darlegung der Körperlichkeit war mir wichtig weil es halt im Moment absoluter auch ein gesellschaftlicher Drang oder gesellschaftlicher Mainstream auch ist und es ist für rechtsextreme extrem einfach an diesem Punkt dann auch anzudocken und zu koppeln und von dem was sie gesagt haben diese jungen Gruppe ich hatte es ja vorhin kurz erläutert ein rechtsextremer der in einem Fitnessstudio irgendwie eine Jugendgruppe hat Kinder und Jugendliche im Kampfsport unterrichtet wenn diese Jugendlichen die sie jetzt gerade genannt haben auf diese Personen treffen so dann ist tatsächlich die Frage ob es nicht einfach ist dort mit Ideologie Elementen entsprechend auch zu verfangen und auch vielleicht auch als Vorbild zu dienen weil der dann auch auf bestimmten Kampfsport Events von Rechtsextremen auftritt und entsprechend halt so eine Positionierung hat Dankeschön da juckt es in den Fingern ich würde ungern jetzt so ein Zwiegespräch sozusagen entstehen lassen ich denke wir haben verstanden also dass es da nicht auf den ersten Augenschein ankommt so und dass es auch darum geht also mit Empathie auf Jungen irgendwie so zuzugehen und ihnen aber auch immer wieder auch Angebote zu machen wie sie für sich rausfinden können wie sie leben möchten oder wie sie sich verhalten und wie sie sich selber auch spüren und auch andere mit anderen in Kontakt gehen können ein kurzer Satz möchte ich trotzdem kurz dazu sagen bei Katzen und bei Hundejungen kann man gut sehen dass die miteinander raufen und rangeln warum machen sie das um sich selber zu spüren um Dinge einzuüben eine Beweglichkeit einzuüben und ähnliches kann man bei Kindern auch erleben und das ist mir ein großes Anliegen dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet in dem Zusammenhang so ich glaube das das haben wir verstanden und dass es letztendlich darauf ankommt in welchen Kontexten findet so etwas statt und was gibt es dann noch für Angebote Ralf Lange vielen Dank ja vielen Dank ich will noch mal auf meine Frage zurückkommen die du Thorsten schon ein wenig beantwortet hast aber ich bin noch nicht ganz glücklich mit der Antwort die identitäre Bewegung ist nach allem was ich bisher darüber gehört und gelesen und erfahren habe eine durchaus intellektuelle Bewegung es sind nicht nur Unterschichtsmilieus die da angesprochen werden sondern im Gegenteil es sind durchaus kluge Menschen die sich viele Gedanken machen und meine Frage wäre schon im Sinne der Optimierung von präventiven Strategien wie können auch Milieus erreicht werden die vielleicht sogar eher Oberschichts Angehörige rekrutieren oder Burschenschaften Affin sind wie kann man die intellektuelle Führerschaft brechen die es nicht gibt glaube ich im rechten Milieu es gibt keine wirkliche Hegemonie rechter Gruppierungen an Universitäten oder anderswo Gott sei Dank aber so soll es ja auch bleiben und ich glaube Prävention muss auch genau da ansetzen möglichst frühzeitig sowas zu adressieren und auch zu unterbinden und ein zweiter Gedanke wenn ich über Milieus spreche einige der Charakteristika die du angesprochen hast mit Blick auf männliche Sozialisation und die damit verbundenen Affinitäten zu gepanzerter und gestählter Männlichkeit erlebe ich auch im Kontext von Sportvereinen ich bin selber in einem Rudersportverein in Hamburg aktiv ein gemischt geschlechtlicher Rudersportverein der eine linke Tradition hat aber es gibt auch ganz andere Sportvereine die eher eine rechte Tradition in sich spüren und auch kultiviert haben wo burschenschaftsähnliche Strukturen eine Rolle spielen auch da müsste aus meiner Sicht Präventionsarbeit ansetzen weil Trainer und Trainerinnen meistens Trainer im Rudersportverein wenn es Männersportvereine sind sind teilweise sehr affin was dieses Milieu oder dieses Denken in Ungleichwertigkeiten betrifft also das wäre so eine zweite Frage in welche Milieus geht ihr insbesondere rein um präventiv zu arbeiten also genau nochmal vielen Dank für den Hinweis ich habe es aber glaube ich auch gesagt identitäre Bewegung ja ist intellektuelles Milieu deshalb gab es zum Beispiel in Hamburg auch ein Projekt um zu gucken wie kann eine Ausstiegsarbeit in diesem identitären intellektuellen in Anführungsstrichen gebildeten Milieu wie kann da eine Ausstiegsarbeit aussehen und eine Distanzierungsarbeit weil man da anders ansetzen muss als in der klassischen in der klassischen Rechten also die modernisierte Rechte stellt sich völlig anders dar und wir schließen einen Ruderclub oder Sportvereine oder einen Sportbund oder wir auch immer in unseren Beratungsangeboten überhaupt nicht aus also wir sind für also beraten teilweise auch aber sind natürlich immer darauf angewiesen dass sich die entsprechenden Personen bei uns an uns wenden und mit uns dann entsprechende Sensibilisierung Präventionsangebote wie auch immer dann entsprechend auch vereinbaren und absprechen und wir das dann machen und ist mir glaube ich auch wichtig es gibt auch viele Sportvereine die auch über Projektförderung von Demokratie Leben Sportbund und so weiter auch entsprechende Maßnahmen haben um was eine Demokratieförderung auch innerhalb der Organisation entsprechend umzusetzen so wie ich das auch bei der Feuerwehr zum Teil gesagt habe also die Feuerwehr ist da ja auch mit dabei und da öffnen sich ja auch einige Institutionen weil sie sagen das ist wichtig sich damit auseinanderzusetzen und ich habe es ganz kurz gesagt wir haben auch unter anderem also wir beraten auch Zoll und Polizei und so weiter und da hat man natürlich auch mit bestimmten Männlichkeitsbildern zu tun beispielsweise und ich finde es total wichtig auch das zu öffnen und das ist mir auch noch mal ganz ganz wichtig zu sagen so dieses Bild des Rechtsextremen mit Springerstiefel und Glatze und Gewalttätig und so weiter die gibt es natürlich die waren auch auf dem einen Bild von der Bruderschaft Deutschland auch zu sehen so Hooligan-Milieu wie auch immer wo sich das dann auch teilweise nochmal widerspiegelt aber es ist es ist eher ein 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 marginalisiertes Milieu also die Rechtsextremen von heute in Anführungsstrichen oder modernisierte Rechtsextremismus sieht man nicht so Danke Vielen Dank ja ich meine das lehrt ja auch schon die Geschichte also der Hitler-Faschismus wäre ohne die Intellektuellen ohne die die großen Medien und ohne die das große Geld der deutschen Industrie so nie möglich gewesen Volker laufen die Tastaturen immer noch heiß bei dir wie sieht es aus ja warte ich bin nicht online hier ja 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 jetzt wird es ein bisschen unübersichtlicher jetzt muss ich mal gucken dass ich das die Fäden zusammen bekomme also es gibt zwei Stränge sehe ich hier einmal der Strang Männergruppen und dann auch so ein bisschen der Strang weiterhin Sportkörper also es wird darauf nochmal Nina Reib weist nochmal darauf hin dass es Männergruppen natürlich schon seit langer Zeit gibt aber sie fragt so ein bisschen ob es jetzt hier in jüngster Zeit rechte Ideologie vermehrt in Männergruppen sozusagen sich organisieren und ergänzt natürlich sind Männergruppen nicht per se antidemokratisch aber wüsste gerne ob es hier irgendwie über Männergruppen nochmal eine rechte ja in Besitznahme gibt so dann sagt Salua Mohamed nochmal dass sie aus ihrer Forschungstätigkeit aus der Salafismus Forschung sagt ja da gibt es Parallelen auch dort wird sich wohl in Männergruppen organisiert so und Nikola wirft ein nochmal bei Männergruppen das Phänomen der Incels ja und sie meinte das ist doch schon ein wichtiger Punkt und fragt sich ob das eher ein gesellschaftlich und politisches Problem ist sie wird mit dieser Fokussierung auf Incels nochmal unterstützt hier und Hennin hat dann freundlicherweise nochmal an Veronika Kracher erinnert die ja zum Thema Incels gearbeitet hat und hat hier ein Deutschlandfunk Interview und ihr neuestes Buch in den Chat gestellt also zum Thema Incels ist da nochmal ein wichtiger Punkt und hier nochmal die Literatur Hinweise dann so ein bisschen als Ergänzung zu dem Beitrag von Peter Hebeisen kam dann so ein bisschen der Hinweis naja Mädchen wollen sich ebenfalls bewegen ja oder vielleicht sollte ich jetzt sagen kuscheln kämpfen oder so so da gab es einen kleinen Disput während Anne Knauf ganz klar sagt dass der körperliche Kampfsport sollte nicht den Rechten überlassen werden und also die Position von Herrn Hebeisen eher stärkt sagt eine Irmgard nee nee das ist so nicht richtig das gilt die Bewegungsdrang gilt auch für Mädchen die würden aber dafür eher bestraft und weist nochmal auf ein anderes Problem hin gerade für alte ältere Männer die wollen ihre Körperlichkeit gern mit Kindern und Jungs ausleben hier sei Vorsicht geboten Salua Mohamed hat er nochmal ergänzt zu diesen Männergruppen salafistischen Akteuren und auch der Körpertraining sie sieht hier deutliche Parallelen und sagt nennt das Training für den Kampf gegen Ungläubige quasi analog zu dem was bei Rechten für den besagten Tag jetzt tun Nina Reib hat dann nochmal einen schönen Link hingeschickt deutsche Sportjugend zum Thema Sport Sport minus mit Courage Sport minus mit minus Courage dot de und ja das war es irgendwann pflichtet nochmal bei körperlichen Bedingungen und dergleichen und das sind alte und ältere Männer in Bezug auf Kinder und Jugendliche nicht also hier ist der Missbrauch Dichtende sexuellen Missbrauch nochmal thematisiert worden im Kontext homosoziale Männergruppen und Sport und Training so wie ich das jetzt in Fragen übersetzen soll das kann ist schwierig also vielleicht so gibt es Thorsten gibt es Männergruppen wo man sagen könnte die sind gezielt auch rechte Rekrutierungsinstrumente vielleicht könnte man die Frage so stellen und dann vielleicht nochmal die ja dabei will ich es erstmal belassen die anderen kann ich nicht in Fragen umkonvertieren Dankeschön also ich höre daraus da sind richtig viele interessante Aspekte drin und ich denke wir werden ja auch diesen Chat dokumentieren oder Henning und wir werden ihn zumindest aufarbeiten so dass es diese wichtigen Gedanken auch in unsere Dokumentation mit eingehen können ich habe das auch ein bisschen so verstanden Thorsten was sind denn deine Erfahrungen inwieweit beispielsweise gibt es schon oder gibt es Verbindungen zwischen eher maskulistischen Männergruppen so die vielleicht dann auch eher den Feminismus als die Ursache für männliche Benachteiligung in Anschlussstrichen sehen also zwischen maskulistischen Männergruppen die ja nicht per se unbedingt recht sein müssen aber hat sich da irgendwie in den letzten Jahren was was verändert vielleicht auch durch befeuert durch AfD dass du da von deiner Seite aus stärkere Verbindungen siehst zwischen klar rechten Gruppen und maskulistischen Männerrechtsbewegungen also die Schnittpunkte oder die die Andock Momente gerade auch am Themenfeld Antifeminismus oder Feminismus auch ja weiß ich nicht sagen wir Feminismus und Frauenhass so voranzutreiben oder verantwortlich zu machen da gibt es durchaus Andock Momente und und gerade die AfD versucht ja auch in dem Bereich Maskulinisten auch entsprechend auch also wird zumindest auch dann gibt es Kontakte und eingeladen werden sie und wie auch immer also ich würde da schon müsste man weiß ich nicht ich wüsste jetzt nicht gibt es wahrscheinlich auch irgendwie hat wahrscheinlich schon irgendwie auch zu erforscht oder geguckt oder geforscht genauere Zahlen liegen mir da nicht vor aber ich finde die Überschneidungsmöglichkeiten oder die Schnittmengen sind relativ groß und das möchte ich auch noch mal bedenken also das geht ja auch häufig so unter Querdenkerin Bewegung ist ja was was sehr stark auch aus Baden-Württemberg auch Stuttgart irgendwie mitkommt und und da gab es ja vorher auch schon eine eine rechte Formierung gerade mit Demo für alle und aus diesem Aspekt heraus und ich glaube da gibt es auch einfach gibt es einfach auch Anknüpfmomente und ja Maskulinisten Szene ja liegt irgendwie auf der Hand so und gerade auch in dem Bild also auch Gruppen wie weiß ich nicht wie Väteraufbruch und so ich glaube da gibt es einfach auch Versuche und Andockmomente auch von der AfD weil es einfach auf der Hand liegt weil es dem Bild entspricht einer einer normativen binären Geschlechterordnung und wie das aussehen soll wo halt Regenbogenfamilien nicht unbedingt vorstellbar sind und da gibt es absolute Anknüpfungspunkte und das ist aber in der Mitte der Gesellschaft und nicht am rechten Rand also ich denke wir bekommen das ja auch mit in der Diskussion rings um gleichstellungsorientierte Männerpolitiken oder kritische Männer Männerforschung also das ist da durchaus Anknüpfungspunkte gibt von einigen Gruppen oder das Begehren auf Organisationen wie den Väteraufbruch wo es eher um Trennungsväter geht und so weiter das ist sicherlich auch groß und da sind auch ein paar zwielichtige in Anführungsstrichen Personen oder Gruppierungen auch dabei so aber ich habe jetzt ein bisschen raus entnommen dass so die sozusagen diese Diskussion bei euch in der in den in den mobilen Beratungen so erstmal noch nicht so aufgekommen ist also das wäre mehr so der also es ist noch nicht so ein virulenter Punkt aus der aus der Beratungsarbeit heraus dass es euch immer wieder über den Weg läuft oder dass da Anfragen kommen in diese Richtung guck mal was sind das hier für eine Trennungsväter Gruppe die da rechts abdriftet oder sowas so in diese Richtung genau also im Endeffekt gab es eine Anfrage ist das schon ein bisschen her wo eine Veranstaltung gemacht wurde wo von so einer Väter Aufbruchsgruppe halt AfD mit eingeladen wurde bei einer Veranstaltung und da gab es halt einiges an Disput und Diskurs und da gab es ein Beratungs Setting oder in dem Kontext Gut ich sehe Peter Hebeisen möchte noch was sagen in meinen blauen Händen sehe ich jetzt erstmal dann nichts mehr Peter würde ich dir nochmal kurz das Wort geben Vielen Dank es ist eine Frage an den teusten Nagel und zwar ist ja im Titel unserer Veranstaltung heute auch das Thema Männlichkeit und das ist auch eine Frage der Identität also wie definiere ich mich letzten Endes in meinem Lebensentwurf Welche Positivaspekte setzt ihr innerhalb der mobilen Beratung an diesem Punkt also Abgrenzung ist ja das eine und zu sagen das nicht aber welche Anhaltspunkte in dieser Frage ergebt ihr denjenigen die zu euch in die Beratung kommen Ich habe es ja Also wir sind ja eine mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und so wie ich das erläutert habe dass wir das thematisieren dass wir von unserer Beratung von unserem Setting dass wir eine vielfältige Gesellschaft mit entsprechenden unterschiedlichen Entwürfen auch immer wieder auch thematisieren und erläutern und das ist jetzt persönlich mir persönlich geht es so ich finde es wichtig wenn sich Männer dann auch in Fortbildung oder wie auch immer mit was ich vielleicht auch antifeministischen Bildern die sie haben oder oder auch Ungleichwertigkeitsvorstellungen in dem Kontext wenn da eine Auseinandersetzung stattfindet und wenn da so Nachdenken auch stattfindet und und O-Ton ja ich finde das gut wenn meine Frau kocht und die will das auch er ist auch völlig okay mir geht es darum dass das halt das halt ein Bewusstsein anfängt in dem Moment wenn du wenn es im Bereich von 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 Ungleichwertigkeit geht und du sagst irgendwie was ich deine Frau unterdrückst oder gewalttätig gegen deine Frau wirst oder wie auch immer wie ihr euer Leben führt und wie das ist und wenn es halt in diesem Heteronormativen ist ist das völlig okay es geht halt um um den Moment wo wo es in Bezug auf Gewalttätigkeit geht und gewalttätige Ungleichwertigkeitsvorstellungen und solange wie 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 Menschen das machen und natürlich an dem Punkt wenn man Queerness Vielfältigkeit thematisiert da gibt es Widerstände so und auch gar nicht zu wenig wobei es natürlich da auch andere Beratungsstellen gibt also da machen natürlich ganz viel Haki oder Schlau entsprechende Arbeit und da wollen wir auch gucken wie wir mit Haki und Schlau beispielsweise auch zusammen Sachen machen können und Beratung Settings auch setzen können oder Fortbildung Settings setzen können finde ich auch total wichtig weil das ist ja auch nochmal ein Faktor Angriffe gegenüber LGBTQ Community und so hat ja auch auch zugenommen und auch homophobe Angriffe haben zugenommen und von daher finde ich es wichtig da auch an dem Punkt tatsächlich auch wie auch am Punkt Rassismus eine pluralistische demokratische vielfältige Gesellschaft als Gegenentwurf immer wieder auch zu erläutern und dafür sich auch stark zu machen auch in der Beratung und in der Unterstützung Vielen Dank kannst du nochmal ganz kurz sagen Haki und Schlau vielleicht wissen das nicht alle was oder wer ist das gute Frage da hast du dich jetzt auf den falschen Fuß erwischt diese Abkürzung sind halt zwei Organisationen die halt für ja für schwul lesbische Lebensentwürfe Jugendarbeit wie auch immer entsprechend halt auch Fortbildungsangebote Beratungsorganisationen sind und auch Fortbildungsangebote bilden in einigen Städten gibt es ja auch schon Jugendzentren die entsprechend für für die LGBTQ Community offen sind Begegnungsräume und genau das ist auch immer andockbar mit Schlau und und Haki Herzlichen Dank ich sehe keine Wortmeldungen mehr Volker wie sieht es bei dir aus hat sich noch was getan ein klein wenig ich versuche gerade noch mal den letzten Chatbeitrag hier mit aufzunehmen also es ist eher winter geworden als Peter sagt noch mal ganz klar völlig richtig was irgendwas sagt es geht bei den körperlichen Begegnungen untergleichen und nicht mit den alten älteren Männern in Bezug mit Kindern und Jugendlichen das kann nicht gleichberechtigt sein das wird noch mal richtig gestellt Henning hat noch mal Narrativ Antifeminismus und Rechtsextremismus auf den Diskursatlas hingewiesen diskursatlas.de dort ist der Diskursatlas Antifeminismus auch etwas über die Kombination mit Rechtsextremismus geschrieben dann gibt es hier was von Jens aber das ist wohl eher ein Scherz dann hat Henning noch mal geschrieben das ist gerade ich glaube das ging darum gibt es dann positive Männlichkeitsbilder gibt es irgendwie positive Eigenschaften und die man sozusagen fördern könnte so und Henning hat gesagt nee er glaubt eher nicht es geht nicht darum sozusagen ein ich sag mal ein rigides Männerbild einfach durch ein anderes rigides Männerbild rigide ist jetzt mein Ausdruck also dieses Monochromatische dieses nur eins geht sondern eher darum Raum und Akzeptanz für Vielfältige also nicht schädliche Männlichkeitsbilder und Lebenswelten zu schaffen und dann hat Henning noch mal ergänzt also ja ist das Gleiche okay das ist das was ich hier habe jetzt habe ich hier nochmal von Nina das war sehr spannend und aufschlussreich und irgendwie so ein bisschen Danksagung aber nichts in Frage mäßig das ist der Chat danke herzlichen Dank wir kommen auch langsam dem Ende zu Thorsten ich danke dir ganz ganz herzlich für deine Einblicke und deine Einlassungen und dem was ist mobile Beratung gegen rechts und was hat das mit Männlichkeit zu tun super super spannend ich hätte vielleicht noch auch noch ich würde gerne noch mal den Appell von Saloa anfangs für die soziale Arbeit oder an die soziale Arbeit nochmal stark machen weil ich sehe auch dass wir glaube ich einige Professoren aus der sozialen Arbeit hier unter uns haben oder auch Leute die in der sozialen Arbeit tätig sind wie wichtig es ist also sowohl Geschlechterpolitiken in die soziale Arbeit hineinzubringen jungen Arbeit aber eben auch durchaus immer in dieser intersektionalen Verschränkung mit Rechtsextremismus und mit rassistischen Einstellungen zu zu verschränken und ich glaube das kann ich auch sagen aus meinen Erfahrungen in den Fortbildungen mit mit Lehrkräften und mit Schulsozialarbeiterinnen Sozialarbeitern da ist noch ein großes Feld sehr zu beackern sozusagen also dass da das ist keine Selbstverständlichkeit dass Lehrkräfte einen Blick auf rechte Tendenzen haben oder auch einen Blick auf eine Vielfältigkeit von verschiedenen jungen Biografien deswegen ja Appell an die soziale Arbeit unbedingt verstärken ich danke ich danke euch allen ich möchte jetzt das Wort an Henning zurückgeben der glaube ich noch einen ganz kleinen Werbeblock hier einschiebt bezogen auf unsere nächste Veranstaltung und von Seiten des Forum Männer sage ich schon mal herzlichen Dank tschüss und bis zum nächsten Mal ja von mir nur ganz kurz vielen Dank an alle die sich heute eingebracht haben vielen Dank an dich Klaus für die Moderation an Torsten nochmal für den Vortrag an alle die sich beteiligt haben im Chat oder mit Wortmeldungen vielen Dank ich fand es auch eine eine erhellende Veranstaltung unser wir werden noch eine ganze Reihe von Fachgesprächen machen das nächste wird ich habe den Termin gerade nicht im Kopf im April oder Anfang Mai sein wo wir dann auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive drauf schauen ich sage es ja erstmal nicht sondern wir schicken es sowieso nochmal rum schauen Sie einfach auf unsere Website ich hatte vorhin schon eingestellt die Dokumentation findet sich da mit allen Videos unserer Website sind auch noch mehr Informationen zum Thema Antifeminismus und Rechtsextremismus Rechtspopulismus zu finden ja wenn es noch Anregungen gibt wie gesagt wir sind gerne auch immer ansprechbar per E-Mail findet sich auf unserer Website ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden auch im Hintergrund nochmal die diese Veranstaltung möglich gemacht haben und bei Ihnen und ja beehren Sie uns wieder beim nächsten Fachgespräch oder bei anderen Veranstaltungen des Gunter-Werner-Instituts finden sich auch auf unserer Website im Kalender ja dann Andreas hat gerade reingestellt es ist der nächste Mai 19. Mai der nächste Termin und entweder dieser Termin ist da mit Klaus Dörre oder der nächste ich glaube der 19. Mai ist das richtig Andreas Nein das ist im Juli der ökonomischen Perspektive und dann haben wir noch eine Perspektive Wir haben also noch sehr viele unterschiedliche Perspektiven und das wird noch sehr spannend werden bevor wir dann irgendwann in eine reale Veranstaltung wieder einmünden werden also real im Sinne von dass wir uns tatsächlich dann auch sehen und vielleicht auch berühren können ich danke Ihnen und schönen Abend von mir auch noch mal vielen vielen Dank für Ihre Teilnahme und vielen Dank für die Einladung und ja schönen Abend danke für die Aktiven schicke ich gleich nochmal einen Link für die Nachbesprechung könnt ihr gleich nochmal in die E-Mail gucken okay ciao ciao